ach herrlich wunderbar endlich wieder im studio nach drei wochen ja mit dem feiertag und dann noch zwischendurch ein bisschen urlaub und ja endlich wieder wirklich wunderbar mit euch jetzt zwei stunden philix glöcher hier ausland live ich wünsche euch viel spaß schön dass ihr mit dabei seid Untertitelung des ZDF, 2020 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Nach der Sendung. Ich muss ja erst mal schreiben. Genau, so sieht's aus. Aber ich hab ja schon ein paar Künstler genannt. So. Erst mal Verschlauchpause. Nachrichten. Und in circa drei Minuten geht's direkt weiter. Bis gleich. Ja, ja, ja. Das Schöne am Mittwochabend ist ja eigentlich, dass wir zwei Stunden haben. Die beginnt nämlich jetzt. Schön, dass ihr weiterhin mit dabei seid. Oder eben gerade eingeschaltet habt. Herzlich willkommen zu 2. Stunde Felix Kröcher hier auf Sanche Live. Ja, legen wir los. Ihr könnt auch gerne mal bei Facebook vorbeikommen. Oder gucken. Je nachdem, wie ihr wollt. Unter facebook.com slash felixkröcher official. Da gibt's einen Post zur Sendung. Und ja, meldet euch einfach. Können wir ein bisschen schreiben miteinander. Und los geht's. Bis zum nächsten Mal. 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 Termine findet ihr auch dort und ja hier geht es weiter mit dem Pressurehead nach 23 Uhr und wir hören uns allerspätestens wieder nächste Woche Mittwoch ab 21 Uhr Danke fürs Zuhören Tschüss Zuhören 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 Zuhören